Der ILD Campus oder wie man nachhaltiges Landmanagement ökonomisch argumentiert. Ist es möglich, den Wert von Land zu berechnen? Denn Land ist nicht nur schön, es ernährt uns auch, sorgt für unseren Lebensunterhalt, lässt uns atmen. Land und seine Ökosysteme stellen viele Leistungen bereit, die uns Mehrwerte schaffen. Bereitstellende, regulierende, versorgende und nicht zuletzt kulturelle Mehrwerte. Auf kurze Sicht kann es sehr profitabel sein, Land intensiv auszunutzen. Und dieser Profit ist leicht zu kalkulieren. Allerdings wird Land, das nicht nachhaltig bewirtschaftet wird, mit der Zeit degradieren. Die Folgen liegen auf der Hand. Wenn Land einmal degradiert ist, ist es für niemanden mehr profitabel. Und Land braucht Jahrzehnte, um sich zu regenerieren. Aber wie kann der Wert von fruchtbarem Land gemessen werden? Wie sein Wert für Biodiversität und sauberes Wasser? Wäre es nicht profitabler, Land langfristig zu erhalten, statt kurzfristig einen maximalen Ertrag herauszuziehen? Wie könnte Land stattdessen nachhaltig bewirtschaftet werden? Und ab wann zahlt sich nachhaltiges Landmanagement aus? Den Wert von Land berechnen? Hört sich komplex und schwierig an. Aber es ist möglich. Und hier kommt die Economics of Land Degradation ELD Initiative ins Spiel. Eine internationale Initiative, um Aufmerksamkeit für die ökonomische Bedeutung von Land und dessen Ökosystemleistungen zu generieren und diese zu evaluieren. Die Initiative bietet den ELD Campus an, einen Lehr- und Lernbaukasten, der einem die nötigen Werkzeuge an die Hand gibt, um den Wert von Ökosystemleistungen und nachhaltigem Landmanagement zu berechnen. Der Campus ist dabei Teil einer großen Wissensplattform. Denn auf der Webseite der ELD Initiative finden sich auch Forschungsergebnisse und Fallstudien aus einer Vielzahl an Ländern und Regionen. Darüber hinaus MOOCs und Publikationen von Partnerinnen aus dem ELD-Netzwerk. Im ELD Campus kann man erlernen, wie man und Frau ökonomisch über Land argumentieren kann und so Investitionen in sinnvolle Landnutzung motiviert. Der Campus ist für alle, die sich mit Landnutzung beschäftigen, ob in der Implementierung, wissenschaftlich oder im politischen Bereich. Menschen aus Praxis, Forschung und Entscheidungsträgerinnen aus aller Welt, die sich mit Landnutzung beschäftigen, haben den Campus bereits genutzt. Entsprechend liegt alles Material auch in unterschiedlichen Sprachen vor. Der Online-Campus ist frei zugänglich für jede und jeden mit einer Internetverbindung. Die Inhalte wurden von Fachexpertinnen und wissenschaftlichen und politischen Institutionen gestaltet, um sie praktisch und wissenschaftlich valide zu machen. Der Campus umfasst verschiedene Lernmodule. Nutzer können Themen wie Umweltökonomie und Ökosystemleistungen, Identifizierung und Auswahl von Ökosystemleistungen oder Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und politische Auswirkungen erkunden und viele mehr. Immer mehr Module kommen hinzu und alle Inhalte werden regelmäßig aktualisiert. Die meisten Module bestehen aus einer Videolektion mit begleitendem Skript und Folien. Das hilft, die Inhalte nachzulesen und bestmöglich zu vertiefen. Um Lernfortschritte nachzuvollziehen, kann man am Ende jeder Lektion einen Quiz machen. Der Online-Kurs basiert auf dem ILD 6 plus 1 Ansatz, der darlegt, wie die ökonomische Dimension von Landmanagement zu bestimmen ist. Eine analytische Methode, um durch den Prozess einer forschungsbasierten Kosten-Nutzen-Berechnung als Entscheidungsgrundlage zu führen. Nach Beendigung sind Nutzerinnen in der Lage, Kosten für Landnutzungsarten zu identifizieren und zu vergleichen. Sie können entsprechende Investitionen interpretieren und kalkulieren, einschließlich Kapitalwert und internem Zinsfluss. Mit diesem Wissen als Basis kann wirklich Einfluss genommen werden. Kursteilnehmende sind in der Lage zu zeigen, Investitionen in nicht nachhaltiges Landmanagement führen langfristig zu wirtschaftlichen Verlusten. Ein Dialog mit Entscheidungsträgerinnen ist möglich. Die gewonnenen Erkenntnisse können konkret angewendet werden. Um Land zu erhalten und nachhaltig zu bewirtschaften, sind alle Beteiligten gefragt. Zum Vorteil aller. Das Wissen, um zu überzeugen, dass sich nachhaltige Landnutzung lohnt, ist nur einen Klick entfernt. Beim ELD Campus. Hier ist der ELD Campus zu finden.